Ich war's vom Single-Player gewohnt, dem blauen Sink. Was geht jetzt? Was geht jetzt? Ich hab's auseinandergebaut, oder? Ja. Oh, Mann. Aber an sich schon mal, auch im Core-Modus, sehr witzig, finde ich. Also, jetzt schon mal zu empfehlen, oder was? Bitte? Ich sag, jetzt schon mal zu empfehlen. Ja. Ich finde an sich, Portal 1 eine tolle Sache. Okay. Dann... Ist irgendwie witzig und regt doch immer auch den Geist an. Mit Hilfe. Okay. Ich seh da hinten. Anbunden. Juhu! Wow! Okay. Jetzt sind wir die Lernkamera rein. Wow! Und jetzt? Ja, genau. Warnung. Warnung, extra Kurse spielen nach der Hauptkampagne. Okay. Okay. Äh... Ich glaub, wir sind hier ein Extrakurs gerend. Bitte wählen Sie einen Kurs und wir geben sich Zank zu dem Montage-Kammer. Nein, ich glaub, wir gehen lieber wieder in Exit. Gut, das wird passieren. Kann man hier hinunter. Juhu! Und wenn man alles gesehen hat, war das da einfach nicht die einzige Möglichkeit hier los zu haben. Ne, hier ist doch, ähm, ein Tor. Hier ist ein Schrittzähler. Ne! Ja, so Roboter finden, ist das schon wichtig. Begeben Sie sich in die Demontage-Kammer. Da kommen wir doch gerade erst her. Okay. Okay. Oh nein, ich will nicht demontiert werden. Ja, und ich glaub schon wieder schwul hinter dir. So, jetzt sind wir wieder zurück. Ähm, wir haben gerade aufgenommen und uns ist aufgefallen, dass wir schon ungefähr eine Stunde nicht aufnehmen. Eine Stunde? Zweieinhalb. Ja, und zweieinhalb, okay, dann... Also, nach dem ersten Ladebildschirm sind wir abgebrochen. Das dürfte das letzte gewesen sein, das ihr gesehen habt. Ein jammernder Tobias, dass er demontiert wird. Äh, gut. Wir machen das für euch aber nochmal. Ja, mein Freund vorne. Ja. Ja, ja, ja. Ich muss jetzt die ganzen dummen Sprüche wieder holen. Ja, ich schau jetzt aber zur Sicherheit, ob wir noch weiter aufnehmen und nach diesem Ladebildschirm schauen. Ja, ja, vielleicht nicht schlecht. Ich hab keine Lust, ich bin noch fünfmal Ladebildschirm. Manche Tests sind nicht auf das Labor beschränkt. Aber gut, dem Spielen... Der nächste Test auf das Labor beschränkt. Der nächste Test ist so gänzlich anders. Ich kann... Ich meine, ich will euch nicht einmal sagen, was ihr sucht. Wenn ihr es findet, wisst ihr es. So. Willkommen zurück bei unserem dritten Versuch. Ich bin zufrieden und es aufzunehmen. Ja, Portal ist, ähm, nicht so aufnehme will ich. Moment. Also, äh, ich glaube, wir müssen hier ein Portal setzen und hier... Oh Wunder, es funktioniert. Ja. Und ich glaube, wir müssen jetzt hier diese beiden Schalter auf einmal drücken, damit diese Tür aufgeht. Wir können einen Countdown setzen. Aua! Wir haben uns gegenseitig blockiert gerade. Du Penis! Penis! Kommst du alleine rüber? Oder wo bist du? Okay. Und das bei dir auch. Dafür werden Orange 50 Kollaborationspunkte abgezogen. Halt die Klappen! Klappen! Hehe! Alter! Äh... Äh... Was machen wir anders? Oh, oh... Ja. Ja, wir kennen die Rätsel ja noch nicht. Also... Von dem her... Wir haben das aber nicht probiert. Und wir haben da noch keine 20 Minuten rumklagen, bis wir die scheiß Lösen gehabt haben. Ja, dafür können wir jetzt alles umso schneller durchspielen. Also... Ja, zumindest bis in Raum 3. Genau, das kommt euch natürlich zugute. Wenn wir uns nicht ganz blöd anstellen. Ja! Ja, stellt sich hier blöd an. Lauf! Okay. Okay. Okay, nochmal. Okay. Desk! Überdimensional große Desk! Ach stimmt, der Weltverhalten aber... Was? Was? Was macht das so? Was? Nein! Oh mein Gott, was hat sie jetzt gemacht? Das habe ich ja noch nie mitgekriegt. Okay, versuch wenigstens so zu tun, als würden wir das zum ersten Mal spielen. Oh mein Gott, was hat sie jetzt gemacht? Oh mein Gott, was hat sie gemacht? Aha, aha, aha. Eins. Okay, du bist noch nicht da. Die sehen so scheiße aus, wenn ich die auseinanderbaue. Ja. Münte noch auf. Was? Münte noch auf. Keine Aufregung, sie nützen niemandem. Sie sind völlig langweilig und wertlos. Dies ist ein Experiment, um herauszufinden, wie viel Denkzeit ihr für die wertlosen Dokumente verschwendet. Gut, also da wir ja wissen, äh, wie es funktioniert, werden wir nicht viele Gedenkpunkte verschwenden. Also, das Ganze funktioniert jetzt so, ich springe dahin, dann kommt hier ein Würfel hoch und Dani springt da durch und fängt den Würfel dann. Okay? Drei, zwei, eins. Und fang! Ja, ja. Ja, ja. Achso, okay. Gut, dann nochmal. Feuer, hat es so gut funktioniert? Ja, auf den zwölften Versuch oder so. Nö, ich glaube, vielleicht beim Osten dann. Okay. Muss ich jetzt nichts zu sagen? Ja, ich springe einfach dieses Mal richtig ab und du springst auch richtig ab. Okay, also der fliegt hoch. Und zack. Und du springst hoch und da kommt kein Würfel. Ja, jetzt. Du musst später abspringen. Ich muss später abspringen. Ne, ich muss mich timen mit dem scheiß Würfel. Was musst du? Mich mit dem Würfel abstimmen. Nein. Das wollte ich damit sagen, aber okay. Okay, okay. Ja. Kommt. Nein, kommt vorbei. Der bleibt ganz kurz in diesem Ausgabegedöns. Ja, ja, so ist es. Also vom Prinzip her habt ihr es verstanden. Wir ja auch. Ja, alle wieder außer mir wie immer.